Also der Liener Grunewald, der bietet auch diese Optik. Kann sein, dass ich eben doch so Heimweh habe. Oh, nach dem Grunewald. Und die Vögel. Der Kuckuck. Es sind so viele Vögel zum Hören. Vielleicht ist doch so eine Wald- und Naturfrau in mir vorgegangen. Da hinten sind wieder die zwei Pferde. Ich wollte ja eigentlich immer auch Jägerin sein. Und meine Anläufe sind gescheitert am männlichen Geschlecht, weil ein Mann nicht mit einer Frau in den Wald gehen kann, ohne Fantasien zu kriegen. Ja, Liebe machen in der Natur ist ja auch was Schönes. Überhaupt das draußen sein. Ich glaube, das geht so verloren in unserer Gesellschaft. Ich bin so ernst und traurig. Ach, hier habe ich das richtige Licht gefunden. Da. 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 Vielen Dank.